Radio Klartext, Nachrichten. Ex-US-Präsident Trump hat die wichtige Vorwahl zur Präsidentschaftskandidatur der Republikaner im Bundesstaat New Hampshire deutlich gewonnen. Laut einer aktuellen Prognose des Senders Fox News erhielt er fast 55 Prozent der Stimmen. Auf seine noch einzige Konkurrentin Nikki Haley entfielen demnach knapp 44 Prozent. Der amtierende US-Präsident Biden rief nach dem Sieg seines Vorgängers zur Rettung der Demokratie auf. Es ginge nun um alles Demokratie, persönliche Freiheit und die Wirtschaft. Die Staatsanwaltschaft hat im Zusammenhang mit einer Anti-AfD-Demo Ermittlungen wegen des Verdachts des öffentlichen Aufrufs zu Straftaten aufgenommen. Bei einem Protestmarsch hielten mehrere Teilnehmer ein rund vier Quadratmeter großes Plakat mit der Aufschrift AfDler töten hoch. Bisher hatte der Mordaufruf lediglich unter AfD-Anhängern für Empörung gesorgt. Medien und andere Politiker äußerten sich bislang kaum dazu. Dem früheren Chef der Identitären Bewegung Österreichs, Martin Sellner, soll künftig die Einreise nach Deutschland verboten werden. Dies war Thema im Innenausschuss des Bundestages bestätigten sowohl Linke als auch CDU. Demnach prüft das von Faeser geführte Innenministerium, ob Sellner grundsätzlich der Grenzübergang verboten werden kann. Ausschussmitglied Philipp Amthor, CDU, begrüßte den geplanten Schritt, mante aber zur Sorgfalt, damit sich Sellner nicht als Opfer stilisieren könne. Die Stahlproduktion in Deutschland hat den tiefsten Punkt seit der Weltwirtschaftskrise 2008 erreicht. Nur 35 Millionen Tonnen Stahl wurden im vergangenen Jahr erzeugt, ein Rückgang um fast vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Rückgang betraf alle Stahlwerktypen, insbesondere aber die Elektrostahlbranche, deren Produktion sank um fast ein Neuntel und unterbot mit zehn Millionen Tonnen den Tiefstand von 2009. Einer der Gründe dafür seien die international nicht-wettbewerbsfähigen Strompreise. Die Aktivitäten der linksextremistischen sogenannten letzten Generation haben in den vergangenen zwei Jahren zu mehr als 3.700 Strafverfahren geführt. Davon seien insgesamt 355 Fälle noch nicht abgeschlossen, berichtet die Welt. In 113 Fällen kam es zu rechtskräftigen Urteilen gegen Mitglieder, in 120 Fällen erhob die Staatsanwaltschaft Anlage. Und in 1136 Fällen sei eine Verurteilung direkt per Strafbefehl erfolgt. Beim Amtsgericht Tiergarten in Berlin gehören diese Verhandlungen mittlerweile zur Tagesordnung. Aufgebrachte linke Demonstranten haben bei einer Kundgebung im mecklenburgischen Stralsund einen Mann von einer Rednerbühne gezerrt, nachdem er die Demonstranten gebeten hatte, gemeinsam die Nationalhymne zu singen. Auf einem vom Nachrichtenportal News veröffentlichten Video ist zu sehen, wie dem Mann bereits zuvor Buhrufe entgegenschallen, als er anmerkt, dass ihm, Zitat, unter all den tollen bunten Flacken die schwarz-rot-goldene fehle. Laut einer Umfrage, dem sogenannten Sachsen-Monitor, ist das Vertrauen in die Bundesregierung auf einen Tiefstwert gesunken. Deutschland gleiche demnach für 12% der Befragten inzwischen mehr einer Diktatur als einer Demokratie. 43% finden, dass Politiker und andere Führungskräfte Marionetten der dahinterstehenden Mächte seien und 57% bejahten die These, dass die Regierung der Bevölkerung die Wahrheit verschweige. 42% gingen davon aus, dass Medien und Politik unter einer Decke steckten. Der Aussage, dass in Deutschland zu viel Rücksicht auf Minderheiten genommen werde, stimmten 61% zu. Im Chemnitzer Frauengefängnis hat eine sogenannte Transfrau monatelang weibliche Insassen terrorisiert, berichtet die Freie Presse. Seit vergangenem Sommer soll er oder sie in der JVA Chemnitz weibliche Mithäftlinge belästigt haben. Zudem soll der sich als Frau ausgebende Gefangene aggressiv reagiert haben, wenn andere Insassen seine sexuelle Offerten ablehnten. Auch weibliche Wärter sollen regelmäßig belästigt worden sein. Die Person soll sich mehrmals vor den Bediensteten entblößt und im Zellengang onaniert haben. Wie die Bild-Zeitung unter Berufung auf die Gefängnisleitung berichtet, befindet sich die Person inzwischen in einem Gefängnis für Männer. Laut stellvertretendem Leiter der JVA sei sie dort besser aufgehoben. Das Wetter. Heute ist es zeitweise stark bewölkt und Durchzug schauerartiger Niederschläge, die im Tagesverlauf nachlassen. Sehr mild, 8 bis 15 Grad, verbreitet schwere Sturmböen, in der Nacht nachlassende Schauer 7 bis 1 Grad. Und